aber deshalb jetzt mal angemacht war was auch nein und war eigentlich ja ist der nicht mehr besser so was auch am Anfang ja mal gucken ob es jetzt besser läuft ich hoffe es einfach mal ich kann es aber nicht versprechen machen jetzt war wo wo ist ein Bob Newtol die mehr politik nie gespielt Partyspieler oder Ne hat Kunde das ist überhaupt Bonus genau Cosmos Spieler so ist es da kommen aber auch noch andere Möller wenn er täglich in Newtown Newtown ich bin schade dass man das lieber so auswählen kann nach den Schönern Röpke irgendwie komm ich in Newtown zum Glück kommen nicht automatisch in der Lobbyreihe Express bei Express er liegt aber so schlecht war die ganze Zeit also bis jetzt lief sie eigentlich bei Express Rukla anscheinend sind Rukla doch noch nicht draußen muss ich nur gucken wo das Problem liegt weil das schon ein bisschen nervig genauso wie die ganze draußen da reinzugehen egal noch eine Zeit schaffst du einfach drauf hatte ich es nicht schlecht Hauptquartier was ist ein Hauptquartier ähm muss man da so nahm zur Box rennen und dann da was aktivieren und bei der Box bleiben und wenn man die Box aktiviert hat dann kriegt man da Punkte es dauert auch eine halbe Prozent 20 Minuten oder ich bin noch nicht so sicher wo zwei gegen zwei eins gegen eins teams bin ich so ein Fan von eigentlich wobei es mir nicht egal ist hauptsächlich Kilder das schon Prestige 10 Alter wie wird man das so schnell okay ich bin schon ein bisschen auf dem Markt aber trotzdem weil ich weiß nicht bei Call of Duty ist immer bei mir so 8 falsche Waffe ich spiele es immer so ich habe manchmal so Bock ich hab's mir ich kaufe es mir immer und dann habe ich irgendwann Bock zu spielen ja wie ein normaler Mensch ja auch und dann spiele ich mal so eine Stunde und dann habe ich hier keine Ahnung habe ich gezocken fertig so ist es halt so zwei dreimal die Woche so ich spiele auch noch mal ab und zu mal die älteren Spiele ein in der Tat oder was mich in Ruhe das ist nicht alle in Ruhe älteren um egal zwei Kind schon mehr als alle anderen nur für deine Bestreiter darf der Kollege hier um die scheinen nicht so schlecht zu sein aber wir sind immer noch besser die Scheiße MP-Granate Alter alle wir kommen mit zu einem Visier-Spiel es ist doch voll scheiße oh den holen wir uns aber den holen wir uns Alter hat man den jetzt sicher erwischt Alter hat man den jetzt sicher erwischt hat er alle gekillt ah da drin ist der Scheiß ist der Scheiß der Scheiß was hatten der Fälle war vor allem Schott gar natürlich 3 4 keiner drin ja so dass wir es ist es was ich gemeint habe weil es soll ja ein bisschen länger 15 Minuten sieht man hier ja ja schießt war halt hat es ist es ist nervig kann man schon so sagen es ist einfach nervig nicht weltbewegend ist aber nervig auf jeden Fall ein super jetzt habe ich das Hauptvertrauen schon hier angenommen oder mit angenommen feindliche Truppen haben das Hauptquartier nachmachst du nicht kaputt Alter hat man schön zu behaupten aber nein bis zu 100 Punkte bekommen vielleicht oder ich oder noch kann man erkennt die Schenke jetzt ein bisschen oder was hätten müssen sie ja beschützen müssen müssen es ja beschützen auch Opa mit dem obwohl ich nur ein Kind wurde KMT Schäden die Läden Piedern Liedmann Mann was die Aktion fast auch weiter wer auch immer das war wurden politisch was cooles machen hier und dann kommt so ein und versorgen aus der Aktion was da man sich ausgeschaltet okay es ist jetzt kaputt machen aber es macht Spaß eigentlich also dieser Spielmodus haben und die Fall gespielt auf Black Ops 2 beim Modemort vertreiblichen ab und zu mal angeschaut also aber auch keine Ahnung waren es nicht weltbewegend ist also war nichts besonderes für mich habe ich lieber die anderen Spieler war der Gespieler zu Botenangriff und so aber es scheint nicht mal so schlecht zu sein wie ich gedacht habe jetzt Romo ist doch bestätigt es kommt der Bischof im Haus natürlich nicht nur ein bisschen überlegt hier oben haben so jetzt kommt was ranzig ist es wirklich ja und holen das Paket nicht so ist die er alle jetzt gibt es Camping Halter jetzt gibt es Camping Camping Lamour es langweilig Kronen des Geräusers das ist ja eine was macht ein Gerlige da kommt er er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt mehr er schaut gar nicht mal locker erwischt alter schade doch ich habe auch gekämmt bis zum geht nicht mehr er war eh unverdient und deswegen haben wir jetzt auch das Ding übel verkackt also die Hellstorm Fall auf der Map dass man da der Hellstorm verkacken kann es schon echt ein Traum da kommt es an die Bautzing die fliegende Bombe da kommt einer oder da kommt eine Ebene kommt ein Teil Bombe äh Granatema und nicht Bombe da habe ich mal Bomben zu Granaten gesagt Bombe da keiner mehr ach das ist unter uns das Ding unter uns ja den Nitzel schon oft gebracht wenn man das überhaupt als Witz einstufen kann eigentlich ist nur traurig will zu den Soldaten bewegt dich ne ich will eigentlich nur ein Paket zu machen ja es ist schön um ihn führen ach nie es war ein Freund freundet für ihn Lalalalalalala oder unten ne der war im Tunnel der war im Tunnel und wo schießen die jetzt alle herr da steht Kenner Kenner ist besser als Anna in dem Spiel nicht Hauptquartier Mann kann kann kein Gegner mehr ich will jetzt Prozent am besten in dem Haus bleiben eigentlich aber nur weil ich die Position hier verteidigen will und es bisher sei nicht ganz gut läuft das war das hier so da unten steht auch einer Scheiße nein schaut dann alter ich würde jetzt gerne so ein Text an den Kopf werfen aber weil ich kenne leider nicht und wenn ich jetzt was im Chat schreibe die Züge immer schon liegt und er hat verdient mit dem Schilder rum da kommt es an um die Ecke den und ich mir nur die Mönchung sagt das wird der denn da war doch klar ist die mich selber nicht die Tüge erwischt ob das dass er sich bestimmt ein aber trotzdem ist auch gestorben da nein LL 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 für 20 10 geht er eigentlich also kommen kann man zu lassen für dich cool das ist erwarten was machen die denn zu schönes Jahr er wird hier noch alle nur für da ist kein gestorben ist nur noch ein ja das Geschütz ist ja auch geil das macht ja auch die halbe Arbeit eigentlich jetzt kommen nicht rein hier ok 20 Sekunden ist oder so rein ganz ehrlich der OP trotzdem lässt das echt guter Spieler zu werfen spiel ist gut auch hier ist auch nächstes dies ist präzis 10 mehr unter den Gegners präzis 10 16 25 20 Jockey Prestige 10 dass er nicht immer ja ich spiele gut das kann ja auch einfach nur Ausdauer sein weil es meistens eher dass ich spiel gut bin weil wenn du nicht gut spielst dann spielst du dieses Spiel hat nicht lange als irgendwann kein Bock mehr macht so wie ich zum Beispiel aber wie ich jetzt liefst er läuft ja eigentlich ganz gut ne also ich kann mich nicht beschweren ich denke ihr euch auch nicht aus erwartet jetzt irgendwelchen Elotrix score von mir weil es schon jetzt auch nicht da war ich mal es gibt es nicht so aus ich glaube es wird auch niemals zu sein das ist aber naja ich bin jetzt auch nicht der dazu daumen EP Hammer geil zu spielen soll mit der für die Unterhaltung da aber nur warum um ich bin nicht ein bisschen zu zocken und dabei zu labern er war schlecht die Wahrheit in der Reihe wieder rein es sei nicht schon kämpft mit sie im Haus zu sein und die um und das Haus zu verteidigen ich sehe das nicht als Campen an das laufen wir ein bisschen weiter runter weil da unten spielt die Musik jetzt gerade dann lade ich mal nach bevor ich jetzt gleich schon wieder Probleme bekomme Kollege da kommt jetzt einer da kommt jetzt einer warum kommt da nie einer wenn ich sag ich sag es ich sag es sogar schon umfassen kommt keiner ich bin ein bisschen unverschämt so da hinten ist er tot keine Gegner mehr Schade da ist aber einer Hellstrom erst ach ich dachte wir sind schon beim Tarnhelikopter aber aber leider leider aber jetzt es wird die Dauerson hier mehr zwei sogar geil da kommt es eine hoch oder alle orientierung verloren jetzt haben sie wieder es geht nicht wo sie raus geht noch ein Abschuss Gott ich will an der Reflexe sind das Alter ach man da ist so eine gute Idee er will ich habe gar keine Idee voll am Ende raus springen aber ich kann es einfach so als Idee Kempers das Hauptquartier zerstört Hammer und und das war ätzend Alter schaue ich nach welches Level da ist man mit den Schülern auf die Flosse egal zahlt hat bekommen achtet wenn sich wieder unter uns das da ist und jetzt gehört keiner wirst du was ich kann es ja überhaupt nicht na guck hat er wahrscheinlich die Waffe geklaut auch so muss man auch ein bisschen Schockern machen hier Schockern Party der neue Mario Party Teil 8 ich will mal die Waffe haben da ich nämlich noch nie okay also schon mal war ja ich komme nicht dazu mit dazu schießen weil ich will auch nicht das Addon kaufen weil ich glaube die bekommt man nur wenn man Elite kauft gibt sie immer für PC ach ich weiß es gar nicht oder bekommt man die nur wenn man wenn man Elite kauft oder wenn man oder reicht schon das erste Paket zu haben wärmer wissenswert auf jeden Fall also ich glaube man muss ähm dieses komische Elite Dingens da haben wo man dann alle MapX bekommen ich was kann ob es ja auch Elite heißt aber naja ich brauche es nicht ganz ehrlich ich brauche es nicht Hauptquartier lokalisiert ich bin eh nur so manchmal auf und zu aus scheißen und zwar die Maps reichen mit auch als keine neuen und bei den neuen Maps eigentlich kann man so schlecht so schlecht sind ja irgendwie kommt bekommen wieder Waffe nicht auf die Reihe schade ach man jetzt geht mir nur noch die Fresse oder was das auf die Fresse mit Zielsetzen gehen ja aber irgendwie schon ja jetzt haben wir dann ein Comeback ja haben wir sogar lass mich in Ruhe jetzt wohl ich in die Minde da hinwerfen weil ich habe so eine geile Idee oder erwischte mich trotzdem noch was war das denn ja vom Tunnel was macht denn der Kollege da eigentlich das war Skill alter das war auch purer Skill na eigentlich ja nicht so jetzt kommen wieder Camping hier Gegner warum ist denn der jetzt gerade da reingerannt wie so ein Irrer werdet nicht killen können wir als ausgemacht wenn es der gleiche war was war das denn es sah eben ziemlich episch aus Achtung feindlich okay das Hauptquartier zerstört komm schon wo ist denn da jetzt ach so verbündeter ähm wo ich in Deckung zu zu worten wo die Ehe wo die so jetzt hier nicht immer jetzt kommen die und die ultimativen Shotgun Skills das wer war ganz ehrlich ich nicht ich weiß damit überhaupt nichts ich treffe die Gegner noch nicht mehr mal gucken vielleicht haben wir ja mit Glück ein auf diese kleinen Map ja schau das passiert nämlich da immer aber trotzdem ein Erwischen ist es schon einer mehr als ich gedacht habe so muss noch mal Blitzschlag empfangen Scheiße ja genau das meine ich ich traf sie einfach nicht genau ich bin zu uns hier mit der Shotgun aber egal ich will auch keinen ich will auch nichts mit der Shotgun erreicht mit ihrer für die Schütze in der Hand habe so sieht man das auch nicht weiß aber ich muss ich meine also die die Waffe da gerade gehört die 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 für mich echt geil mit Schnellfeuer habe ich die mit Schnellfeuer schalte Säpfer und Blau von manchen Geschoss bin aber nicht sicher und hat mich schafft oder in schafft ich weiß es nicht mehr ich glaube es steht irgendwo wenn ich jetzt im Menü gehen mache ich vielleicht nur nicht wenn es überhaupt noch vorkommt er wird unter uns alle ist das Wechsel ziemlich schnell muss man schon zu sagen auch egal ist es ist eh bald kaputt oder muss er sich mal runter und auch wurden dann holt die so was habe ich denn auch die Pistole haben wir müssen mit mit der Pistole rum auf der sich zu lecken würde schon wieder auf ne ist fast erfüllt auch das ist ja erst in ne 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 für uns gelingen mannen wer so und das und der Fügel scheiß Weg als er mit ihm gegen egal oder egal Wurzeln von der Salle der Kompetenz aller müssen wir da und da war doch einer die Scheiße egal wir haben erstens gewonnen und zweitens habe ich eine gute KD also auch der 1 hat 9 zu 50 Alter 9 zu 50 wie schafft man das nur auf jeden Fall 24 zu 20 auf jeden Fall zu lassen denke ich hat leider nicht nur für die zwei Akadier erreicht als sie 2.0 aber fast aber fast aber fast aber fast so eigentlich die letzten fünf Spiele sind eigentlich recht gut auf und so kann mich auf jeden Fall nicht beschweren 35 ist damit gemacht und viel mit der Pistole gekillt Erkemeer auch Ding gehabt Abschlussserie aber der mehr auch nicht so viel gemacht naja auf jeden Fall wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn es wieder Playgops 2 heißt bis dann tschüss tschüss